Hallo liebe Freundinnen und Freunde der Astrologie und liebe Community, herzlich willkommen zu diesem Video über die kosmische Schwingung des Jahres 2020. Ich werde euch hier Auszüge aus meinem Jahrbuch vortragen. Das ist jetzt erschienen und ihr könnt es über meine Homepage bestellen. Den Link dazu findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ich möchte mich an dieser Stelle nochmal ganz herzlich bei allen bedanken, die das Buch schon vor dem Erscheinen vorbestellt und dadurch meine Arbeit unterstützt haben. Außerdem bedanke ich mich bei der Community, dass ihr mir so ein tolles Feedback gegeben habt und mich ermutigt habt, das schöne Bild mit der Eule für das Buchcover zu nehmen. Und es gibt auch wieder eine Verlosung. Ihr könnt ein Exemplar meines Jahrbuchs mit persönlicher Widmung gewinnen. Wie ihr an der Verlosung teilnehmt, erfahrt ihr am Ende des Videos. Da habe ich euch nochmal interessante Infos über meinen Service und meine Produkte zusammengestellt. Und wer das Jahrbuch gewonnen hat, das gebe ich dann in der kosmischen Schwingung für den Januar 2020, kurz vor Weihnachten bekannt. Also bitte da unbedingt reinschauen. Jetzt möchte ich euch meine Gedanken zum neuen Jahr vortragen. Und das sind eben Auszüge aus dem Kapitel über die kosmische Schwingung des Jahres in meinem Jahrbuch. Das Bild mit der Eule habe ich ganz bewusst gewählt, weil die Eule als Symbol der Weisheit und als schamanisches Krafttier gilt. Im Hintergrund seht ihr außerdem noch Saturn. Hier ein bisschen kleiner Jupiter und Pluto, die großen Player, die das Jahr 2020 prägen werden. Auch der Mond ist Teil der Komposition, weil 2020 in der astrologischen Tradition ein Mondjahr ist. Saturn ist weiterhin der stärkste Planet am Himmel, weil er noch fast das ganze Jahr im eigenen Zeichen im Steinbock stehen wird. Er gilt in vieler Hinsicht als strenger und unangenehmer Planet, weil er uns prüft und uns mit den Konsequenzen unseres Handelns konfrontiert. Doch er steht auch für die Weisheit, die mit geduldiger und nachhaltiger Übung und Disziplin im Laufe des Lebens erlangt werden kann. Insofern kann die Eule als Vogel der Weisheit dem Saturn zugeordnet werden. Und wir werden einiges an Weisheit und Disziplin brauchen, um das neue Jahr zu meistern. 2020 läutet eine Zeitenwende ein, in der zwei mächtige Zyklen zu Ende gehen und neu beginnen. Sie rahmen sozusagen das Jahr ein. Dabei handelt es sich zum einen um den Saturn-Pluto-Zyklus, welcher im Jahre 1982 seinen Anfang nahm und im Januar 2020 mit einer Saturn-Pluto-Konjunktion im Steinbock zu Ende geht und dann neu beginnt. Zum anderen haben wir einen epochalen Jupiter-Saturn-Zyklus, der uns aus einer Ära des materialistischen Erdelements in eine neue Ära des geistigen Luftelements führen wird. Dieser endet und beginnt neu im Dezember 2020 mit einer Saturn-Jupiter-Konjunktion im Wassermann. In vieler Hinsicht ähneln die Konstellationen denen, die wir zu Beginn der 80er Jahre hatten. Und das war ja ein ziemlich aufregendes Jahrzehnt. Der kosmische Zeitgeist wird zu einer Weiterentwicklung der Gesellschaft hin zu mehr Freiheit und persönlicher Spiritualität führen. In spiritueller Hinsicht steht uns weiterhin Neptun zur Seite, der sich in seinem eigenen Zeichen, den Fischen, gut entfalten kann. Besonders erfreulich ist, dass er zwischen Februar und Oktober dreimal ein freundschaftliches Sextil zu Jupiter bilden wird. Das ist ein sehr inspirierender und visionärer Aspekt, der Fantasie und Mitgefühl fördert. Auch für alle, die spirituell arbeiten und sich mit geistiger und empathischer Energie dem Wohl der Menschheit und des Planeten widmen, ist das ein schöner Aspekt, um Freunde und Gleichgesinnte zu finden, mit denen sie diese Energien und Gedanken teilen können, um sie auf der Welt weiter zu verbreiten. Jupiter verbindet sich 2020 mit Saturn und Pluto. Damit haben wir eine besondere kosmische Konstellation, das sogenannte Steinbock-Stellium. Im besten Falle ist das ein Hinweis auf eine sogenannte neue Leadership, bei der neue, wohlwollende Führungspersönlichkeiten Macht und Verantwortung ausüben. Denn Saturn steht für Verantwortung, Jupiter für Vision und Wohlwollen und Pluto für Macht und Transformation. Diese Kräfte können von Menschen in die Welt gebracht werden, die sich wirklich für das Wohl der Menschheit einsetzen und nicht nur ihr persönliches Machtstreben im Auge haben. Jedoch ist nicht sicher, ob wir schon reif genug sind, dass sich diese Art Persönlichkeiten wirklich durchsetzen können. Die Kräfte der Polarisierung und des Fanatismus sind weiterhin stark und die Fundamentalisten aller Lager weiterhin laut und hemmungslos. Doch Neptun und Jupiter bilden eben dieses Sextil und dadurch werden unsere spirituellen und visionären Kräfte gestärkt. Daher habe ich die Hoffnung, dass es wirklich Führungspersönlichkeiten geben wird, die bei ihren Führungsaufgaben nicht nur den persönlichen Erfolg oder den Gewinn ihrer Firma oder Partei im Auge haben, sondern auch die Verbindung mit ihren spirituellen Quellen suchen. Dann können sie Entscheidungen treffen, die der Menschheit insgesamt dienen und die helfen, die Schwingung unseres Planeten anzuheben. Heiler Planet Chiron wird 2020 das ganze Jahr im Widder verbringen und stärkt den Evolutionsagenten den Rücken. Im Februar wird er sich dabei mit Lilith verbinden, im Juli wird er von Mars aktiviert. Während dieser Zeiten werden wahrscheinlich außergewöhnliche Heiler oder Umweltaktivisten hervortreten und auf ihre Anliegen aufmerksam machen. Davon abgesehen kann Chiron jedoch keine Alliierten unter den Planeten finden und läuft die meiste Zeit über unaspektiert am Himmel entlang. Das lässt darauf schließen, dass es 2020 noch keine bahnbrechenden Fortschritte im Hinblick auf Naturschutz, Tierschutz, Klimaschutz, alternative Heilmethoden oder bessere Bedingungen für Pflegeberufe geben wird. Politiker und Geschäftsleute werden weiterhin versuchen, ihre Bründe zu sichern, ohne diese wichtigen gesellschaftlichen Gruppen und Ströme zu berücksichtigen. Natürlich wird es immer engagierte Einzelpersonen oder Gruppen geben, die Chirons Anliegen in die Welt bringen. Doch bis daraus gesellschaftlich relevante Strukturen entstehen können, müssen wir wohl mindestens noch bis 2021 abwarten, wenn Saturn über weite Strecken einen Freundschaftsaspekt zu Chiron bildet und ihm dadurch zu mehr Anerkennung verhilft. Ab dem 5. Mai wird der aufsteigende Mondknoten für eineinhalb Jahre durch die Zwillinge wandern. Gleichzeitig bewegt sich dann der absteigende Mondknoten durch den Schützen. Dann geht es darum, wie wichtig wertschätzende Kommunikation ist, um unsere Beziehungen liebevoll und lebendig zu gestalten. Unsere Achtsamkeit für die heilende oder auch zerstörerische Kraft von Worten wird geschärft. Der Kosmos schenkt uns besondere Begegnungen, häufig mit Menschen, die von weit her kommen, aus einem fremden Kulturkreis oder denen wir auf Reisen begegnen, damit wir daraus lernen und unsere Persönlichkeit weiterentwickeln. Für mich ist diese Konstellation mit der Hoffnung verbunden, dass wir uns wieder mehr für das Fremde öffnen und wieder eine größere Perspektive einnehmen. Für unser Liebesleben sind die Aktivitäten von Venus, Mars und dem Mondknoten besonders interessant. Sie versprechen ein heißes Frühjahr und einen heißen Herbst. Die Venus wird vom 13. Mai bis zum 25. Juni rückläufig und verbringt deshalb insgesamt vier Monate im Zeichen Zwillinge, nämlich vom 3. April bis 7. August. Und da trifft sie sich dann auch mit dem Mondknoten. Die rückläufige Venus kann uns die Chance bringen, bestehende oder vergangene Beziehungen neu zu bewerten und aus früheren Fehlern zu lernen. Vielleicht auch durch eine alte Liebe, die wieder auftaucht und mit der wir einen Neuanfang wagen können. In der zweiten Jahreshälfte herrscht zeitweise ein rauer Wind in unseren Beziehungen, geschäftlich wie auch privat. Denn der Mars verbringt ab dem 28. Juni den Rest des Jahres im Widder, weil er dort vom 10. September bis 14. November rückläufig wird. Im Widder ist der Mars zu Hause und dadurch entfaltet der Kampfplanet besonders starke Kräfte. Die lassen nun bei vielen das Ego hervortreten und es ist nicht mehr sicher, ob man sich für eine gute Sache einsetzt oder nur für persönliche Motive kämpft. Außerdem gerät der Mars aufgrund seiner Rückläufigkeit für lange Wochen in Konfliktaspekte mit dem Steinbock-Stellium. Das lässt vermuten, dass die zweite Jahreshälfte von Richtungskämpfen in der Politik und auch im persönlichen Erleben gekennzeichnet ist. Besonders zwischen August und Oktober muss immer wieder mit frustrierenden Situationen gerechnet werden, in denen Anstrengungen aller Art nicht das gewünschte Ergebnis bringen oder Opponenten sich absolut nicht einig werden können. Mit Hektik und Aktionismus kommen wir dann nicht voran. Nur wenn wir mit besonderer Langsamkeit und Besonnenheit agieren, werden wir während dieser Zeit etwas bewegen. Beteiligt an den schwierigen Aspekten ist über weite Strecken auch Lilith, die vom 27. Januar bis 21. Oktober durch den Widder läuft. Das legt nahe, dass es neue und teilweise heftige Auseinandersetzungen um Genderfragen geben wird. Feministinnen geraten aneinander mit Patriarchen, gesellschaftliche Randgruppen mit Etablierten. Da werden vermutlich Autoritäten aufeinanderprallen und Konflikte zwischen rückwärtsgerichteten politischen Kräften und den Aktivisten und Evolutionsagenten werden sich vorübergehend verschärfen, ehe die Einsicht kommt. Aber die Einsicht wird kommen, wenn Jupiter und Saturn Ende des Jahres in den Wassermann weiterziehen, wo sie dann auch günstige Aspekte zu Chiron eingehen werden. Doch im zweiten Halbjahr 2020 wird es mit dem Mars und Lilith teilweise hoch hergehen und besonders betroffen davon sind die zweite und dritte Dekade der Kardinalzeichen Widder, Krebs, Waage und Steinbock. Auch wenn ihr nicht eins dieser Sternzeichen seid, können andere Planeten und Faktoren oder der Aszendent in eurem Horoskop die Spannungen empfangen. Das kann man dann nur aus dem individuellen Geburtshoroskop ablesen. Wenn ihr diesbezüglich Beratungsbedarf habt, könnt ihr euch gerne bei mir melden. Die Infos, wie ihr mich erreicht, findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Ab dem 21. Oktober wird die Lilith für neun Monate durch den Stier laufen. Dabei trifft sie sich Mitte Dezember bis Weihnachten mit Uranus. Das würde ich als Möglichkeit zu einem Durchbruch deuten, als eine Reihe ziemlich überraschender, kreativer Lösungen. Zu Silvester ist dann auch der Mars endlich mit seinen schwierigen Aspekten durch und wir haben Grund zum Feiern. Wie jedes Jahr haben wir auch 2020 wieder drei Phasen, in denen der Merkur rückläufig wird, nämlich Februar, März, im Juni, Juli und im Oktober, November. Die genauen Daten und die Tipps dazu findet ihr in meinem Buch im kosmischen Überblick. Zum Schluss möchte ich noch über den Jahresherrscher 2020 sprechen und das ist der Mond. Der Jahresherrscher hat nichts mit den tatsächlichen Konstellationen zu tun, sondern entspringt einer alten astrologischen Tradition. Für mich ist das eine zusätzliche Anregung, um das Jahr auch spirituell zu deuten und zu verstehen. In der deutschen Sprache ist der Mond ja leider männlich, aber eigentlich steht er für das archetypisch weiblich-mütterliche in uns. Deshalb schließe ich mich den Mondfrauen und Magierinnen an, die den Mond in diesem Zusammenhang lieber als die Mondin ansprechen. Die Mondin verweist auf das weibliche und intuitive Element in uns. Und das gilt es zu stärken in diesem Jahr, indem so viele männliche Planetenkräfte versuchen, die Führung an sich zu reißen, allen voran der Mars im Widder. Als Jahresherrscherin erinnert uns die Mondin daran, wie wichtig es ist, dass wir uns gegenseitig eine näherende und fürsorgliche Zuwendung angedeihen lassen und das familiäre Miteinander suchen. Noch bis zum 5. Mai bewegt sich der aufsteigende Mondknoten durch den Krebs und betont damit die Kräfte der Mondin. Danach jedoch wird die Mondknotenachse für eineinhalb Jahre durch die männlich polarisierten Zeichen Zwillinge und Schütze laufen. Da kann es passieren, dass wir zwar große Visionen und geistige Kräfte haben, dass darüber jedoch unsere Gefühle und Emotionen zu kurz kommen. Deshalb empfehle ich, den Mondphasen 2020 besondere Beachtung zu schenken und die Gaben der Mondin anzunehmen. Die Mondzyklen mit ihren rhythmischen Kräften, die Mondnächte mit ihren Träumen und Traumbotschaften, die Neumonde mit ihren Saatgedanken und die Vollmonde, in denen unsere Instinkte und Gefühle hervortreten. Über die Mondzyklen informiere ich euch jeden Monat in meinen Videos hier auf YouTube. Das waren meine Gedanken zu den Konstellationen des Jahres 2020. Und das Jahrbuch mit meinem großen Jahreshoroskop ist jetzt erhältlich. Darin findet ihr für jedes Sternzeichen die ausführlichen Tendenzen für Liebe, Beruf und Gesundheit mit vielen Beispielen, wie sich die Konstellationen in eurem Leben auswirken. Und zu jedem Teil gibt es ganz ausführlich die Highlights und die kritischen Phasen für das ganze Jahr. Bitte beachtet, dass das Buch bei Books on Demand erschienen ist. Das heißt, wenn ihr eins bestellt, wird es extra für euch gefertigt. Deshalb dauert es eine gute Woche, bis ihr es in den Händen haltet. Alternativ könnt ihr es aber auch als E-Book bestellen, dann habt ihr es sofort. Den Link zum Buch findet ihr hier auf der Infokarte und auch unten in der Videobeschreibung. Wenn ihr ganz spezielle Fragen zu neuen Projekten oder einer neuen Liebe habt, könnt ihr natürlich gern eine persönliche Beratung bei mir buchen, dann sprechen wir darüber. In aller Ausführlichkeit. Alternativ könnt ihr auch ein computerbasiertes schriftliches Jahreshoroskop von mir und auch den Partnervergleich als PDF bestellen. Beides kann für euch erstmal eine gute Orientierungshilfe sein und die sind auch preisgünstiger als die persönlichen Beratungen. Auch euer Geburtshoroskop, das Kosmogramm, könnt ihr als PDF schriftlich online bestellen. Alle meine Angebote findet ihr auf meiner Homepage auf der Beratungsseite oder ihr ruft auf unserem Kundentelefon an. Und beides habe ich hier auf der Infokarte verlinkt und ich schreibe es euch auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Im Video für die 12 Sternzeichen präsentiere ich euch ganz neue, wunderschöne Sternzeichenbilder. Und die findet ihr auch zusammen mit der spirituellen Deutung der Zeitqualität für jeden Monat in meinem neuen Wandkalender für 2020. Ihr könnt ihn über meine Homepage auf der Bücherseite bestellen. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Diesmal gibt es ein Exemplar meines Jahrbuchs mit persönlicher Widmung zu gewinnen. Und um an der Verlosung teilzunehmen, postet mir bitte hier oder auf Facebook einen netten Kommentar. Zum Beispiel, wie euch das Jahreshoroskop gefallen hat oder mit einer neuen Anregung für neue Themen. Und abonniert meinen Kanal. Und falls ihr schon Abonnenten seid, dann teilt bitte meine Videos in euren Social Media. Wer gewonnen hat, das gebe ich dann in der kosmischen Schwingung vom Januar bekannt. Und die geht noch kurz vor Weihnachten online. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Zum Schluss möchte ich euch noch einige aktuelle, wichtige Videos empfehlen. Vor allem natürlich das Jahreshoroskop 2020 für die 12 Sternzeichen. Ich wünsche euch ein erfolgreiches und liebevolles Jahr und alles Gute mit den Sternen. Ich wünsche euch noch ein paar Minuten.